Herzlich willkommen zum TSI-Wochen-Update. Im Zentrum der heutigen Sendung steht das TSI-Depot und die dazugehörige Ampel und zunächst aber wie immer ein Blick auf die Weltmärkte. Und dort habe ich Ihnen als erstes mal den russischen Index heute mitgebracht, als Beispiel für einen Index, in dem man aktuell nicht unbedingt investiert sein muss. Warum das? Naja, einerseits man sieht, der Index insgesamt ist einem Seitwärtstrend. Es gibt andere Indizes, die laufen zuletzt besser und auch schon in den letzten Jahren besser. Und allein das reicht schon als Indikator dafür, wenn nicht ganz triftige, fundamentale Gründe dagegen sprechen, dass man sagt, okay, aktuell fließt eher kein Geld in diesen Markt hinein. Und da das oft langfristige Angelegenheiten sind, muss man aktuell zumindest in dem Gro der russischen Aktien nicht investiert sein. Ja, dann gucken wir nach China. Und dort stellt sich die Situation insofern anders dar, als dort über einen längeren Zeitraum eingepreist wurde, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China auf den Märkten und auf den Unternehmen lastet. Und hier hat jetzt eine erste Trendwende eingesetzt, auch wenn sozusagen formal noch keine Ergebnisse da sind. Aber es gab hier einen steilen Weg nach oben, wir hatten es mehrfach angekündigt. Und die Korrektur, die wir hier sehen, die ist doch durchaus sehr mager ausgefallen. Und häufig ist es so, dass eine ziemlich flache Korrektur, eine flache Basis nach einem starken Aufwärtstrend gefolgt wird von einer Fortsetzung des Aufwärtstrends. Ob diesmal auch so aussieht, wird natürlich erst die Zukunft zeigen. Ja, und als letztes wie, ach nee, den US-Index habe ich heute auch noch dabei, als Beispiel für einen Index, in dem man über Jahre hinweg gut investiert sein durfte. Man sieht es hier, ob zu einer Tagelinie oder ist eigentlich egal, was für ein Trendfolgemaß man hier nimmt. Der Pfeil zeigte nach oben und tendenziell ist es dann immer die richtige Entscheidung, solchen längeren Trends, und die sieht man häufig in Indizes, zu folgen. Jetzt aktuell haben wir es so, dass der Index auch wieder wahnsinnige Stärke zeigt. Hier fast wieder am Allzeithoch angekommen. Und egal, welches Trendfolgemaß man jetzt hier so anlegt, man würde hier sagen, dass man eher diesem Trend sich weiterhin anschließen darf, auch wenn es natürlich eher furchterregend ist, dass man sagt, Mensch, jetzt ging es so weit nach unten, vielleicht ist die Rückschlagsgefahr wieder entsprechend hoch. Aber die Stärke zeigt doch, dass das Kapital wieder in den Markt hineinfließt. Und da kann man sich tendenziell eher anschließen. Ja, und für den DAX gilt das nur in eingeschränktem Maße weiterhin. Wir sehen aber hier anhand der Börsenampel, dass sie sich noch ein bisschen weiter verbessert hat und ist mittlerweile in einem Bereich von fast 1,02, also annähernd im soliden grünen Bereich. Und entsprechend ist die Stimmung an den Weltmärkten eher positiv und es darf investiert werden laut TSI-System. Der Daumen ist also grün und zeigt nach oben. Und wir haben auch eine weitere Transaktion, einen weiteren Kauf. Das Depot wird jetzt sukzessive, wahrscheinlich in den nächsten Wochen hochgefahren. Und der heutige Kauf war Nemechek. Wir zeigen einmal kurz die Aktie und den Chart. Und es ist eigentlich ein mustergültiger Chart für einen Trendfolger. Also man sieht hier seit Jahren, seit eigentlich 2012, die Aktie in einem sehr schönen Trend nach oben. TSI ganz häufig mit Kaufsignalen. Manchmal wäre es zwischendurch rausgegangen, wie zum Beispiel 2017. Da hat die Aktie zwar nicht wirklich stark korrigiert, aber da gab es viele andere Aktien, die den Wert hier outperformed hätten. Danach aber wäre man wieder kontinuierlich drin gewesen und jetzt sozusagen nur nicht investiert, weil die Börsenampel eben gesagt hat, dass man aussteigen sollte. Ansonsten ein toller Chart, eine tolle Aktie und hoffentlich wird sie bei uns auch zu Kursgewinnen. Ja, das Depot sieht aktuell so aus. Letzte Woche wurden ja die ersten acht Werte gekauft. Im Moment einige Pluszeichen, einige Minuszeichen. Hat so kurzfristig natürlich noch nicht viel zu sagen. Wir werden das Ganze über die nächsten Wochen im Blick behalten. Ja, und dann wollte ich auch noch einen kurzen Blick werfen auf unser extra angelegtes TV-Depot. Also mit Branchen, die eher nicht zu dem Mainstream und nicht so hoch korreliert sind zum Gesamtmarkt. Das sieht auch aktuell ziemlich gut aus. Einige Aktien ziemlich im Plus. Die einzige Minus aktuell Verbio, aber auch hier hält sich das sehr in Grenzen. Wir lassen das so weiter laufen. Ja, und dann hatte ich ja schon angekündigt, dass heute sich alles irgendwo um TSI dreht. Und gerade wo jetzt in der letzten Woche die Börsenampel auf Grün gewendet hat, könnte man sich die Frage stellen, ob das denn überhaupt irgendeine Bedeutung hat für die Märkte der nächsten Wochen. Und wie man so etwas denn feststellen kann. Dazu gab es heute auch schon einen Artikel im aktuellen Heft. Das ist ja heute erschienen, beziehungsweise als E-Paper ja schon am Mittwoch. Und dort wurde folgender Frage nachgegangen. Wenn ein Kaufsignal oder auch ein Verkaufssignal der Börsenampel erfolgt ist, Tag X, wie ging es dann durchschnittlich in den nächsten Wochen an den Märkten weiter? Und es gibt ja schon eine Menge an Signalen seit 1970. Bis dahin kann es eben zurückberechnet werden, die Ampel. Und da gab es knapp 50 Kauf- und Verkaufssignale. Und einfach mal durchgerechnet, wie ging es in den darauffolgenden Wochen und Monaten weiter? Und das beschreibt diese Kurve hier. Einmal in grün ist also eine Grünschaltung der Ampel. Also wir sind jetzt aktuell eine Woche später, also in Punkt 1. und die Kurve zeigt also an, erstens, ganz kurzfristig gesehen, wenn Sie nach links gucken, über die ersten zwei, drei Wochen ist eigentlich der Effekt mehr oder weniger null. Also man würde jetzt hier nicht davon ausgehen, dass die Märkte jetzt direkt in den ersten Wochen nach einem Kaufsignal der Börsenampel nach oben schießen. Zumindest ist das historisch so nicht passiert. Aber über den längeren Zeitraum hinweg, bis hin zu 20 Wochen, das sind also ungefähr fünf Monate, haben die Aktienmärkte und hier der DAX sehr gute Performance hingelegt. Also im Schnitt knapp fünf Prozent gewonnen. Und das in nicht mal einem halben Jahr. Das ist also ziemlich gut. Ging natürlich auch nicht immer auf. Es gab auch da Fälle, wo die Ampel wieder nach unten gekippt ist und die Märkte nach unten gekippt sind. Das heißt, das ist natürlich nur eine Durchschnittskurve und aber mehr kann man eben als quantitativer Anleger nicht machen. Noch vielleicht ganz kurz zur roten Ampel. Also wenn die Ampel sozusagen unter eins gefallen ist, dann war es durchschnittlich so, dass gerade in den ersten Wochen der DAX doch etwas nachgegeben hat. Sagen wir mal, der Einfluss bzw. die Prognosekraft endet dann irgendwann. Also sagen wir mal, ungefähr bei neun Wochen ging es dann eher auch wieder bergauf mit dem DAX. Aber es kann man sich im Hinterkopf merken, wenn die Ampel wieder auf rot schalten sollte, dann macht es insofern Sinn, über die nächsten Wochen auch mal aus dem Markt rauszugehen. Denn im Durchschnitt ging es danach tatsächlich auch weiter nach unten. So viel schon zu heute. Ich habe noch einen Veranstaltungshinweis für Sie und zwar, wenn Sie nächste Woche bei der Invest sind in Stuttgart oder noch überlegen, ob Sie da hingehen, dann eine herzliche Einladung dazu. Ich werde auch vor Ort sein mit zwei Vorträgen. Wenn Sie möchten, am Freitag und am Samstag jeweils zum Thema So schlagen Sie den Markt. Das ist genau derselbe Vortrag. Also öfter sind schon Leute zweimal gekommen. Das brauchen Sie nicht, seitdem Sie wollen sich nochmal eine Wiederholung anhören. Und für alle, insbesondere für die, die einen Börsenbrief von mir haben, ist auch die Möglichkeit zum Meet & Greet sich anzumelden. Das heißt dort eine Stunde, wo in einer ganz lockeren Atmosphäre Sie Fragen stellen können, wir auch vielleicht mal persönlich ins Gespräch kommen können. Da freue ich mich drauf. Also nächste Woche, wenn Sie möchten, sehen wir uns auf der Invest. Und für heute sage ich erstmal ein schönes Wochenende. Und für heute sage ich, wenn Sie möchten, sehen wir uns auf der Invest